Ich... Ich, äh... Ich nenne dich aber schon ein, na. Und ich weiß, das Spiel ist los. Okay, das ist wohl die Protagonistin. What the fuck? Wo ist die jetzt reingefallen? Hallo? Okay. Okay, A drücken, um zu springen. Ich hab lange kein Jump in One mehr gespielt. Oder langsam mal wieder Zeit. Kann ich da rein? Beim ersten geht nicht. Ich hab's schon ausprobiert. Okay, was ist hier geworden? Weiß ich nicht. Jetzt steht da, ich soll die roten Kristalle finden. Was ist das? Oh, okay. Okay. Was ist das? First Class? Oh, okay. 5000? 200 Monster besiegen. Das ist schon eine Herausforderung. Ohne ein Game Over. Äh, okay. Okay, komm. Was steht da? Ja, das hab ich schon bemerkt, dass ich auch mal zerspringen kann. Ich glaub, ich muss alles zerstören, um aber irgendwelche Diamanten zu bekommen. Wenigstens den Musik schille ich. Okay, ein roten Kristall hab ich schon. Was ist das? Ich glaub, ich hätte dabei etwas drücken müssen. Ich glaub, ich hätte da wieder etwas drücken müssen. Geschafft! Ja, das war genau so, wie man mit den Energiefällen schießen kann. Das war knapp. Irgendjemand hat es Spaß, das alles einzusammeln. Ich bin schon in 5 Minuten gespielt und habe schon 3 Wetten fertig. Das ist leichter als Mario. Ich mach das jetzt nur wegen der... Ich mach das jetzt nur wegen der... ...wegen dem Bonus, den man bekommt dann. Ich mach das jetzt nur wegen der... Ich hab sieben Leben schon, okay. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt mich ernst nimmt oder... ...naja, sehen wir mal. Ich hab's getroffen. Okay, komm. Kann ich sie abschießen? Was steht da? Ah... Okay... Ah, Teleportation ist das. Okay, ich muss drei rote Kristalle finden. Äh, noch. Irgendwann machte Spaß das Spielen. Zwei hab ich schon. Yay, Autosafe. Oh nein, ich habe jetzt schon das nicht mehr geschafft. Verdammt, war das knapp. Mann, oh Mann, ich bin nicht gestorben, das gibt mich jetzt gerade auf. Ich muss dieses, ich darf dieses Spiel nicht selbstverständlich nehmen. Okay, wie viele Welten gibt es da noch, Leute? Ich schwimm eigentlich. Ah. Okay, ich war gleich wieder zurück. Zerstör mal etwas hier. Ich will wieder Leben bekommen, okay. Warte, man weiß nicht, wo man gerade ist. Das ist komisch. Das war knapp. Verdammt, knapp. Verdammt. Ich bin gleich bei der nächsten... Ich bin gleich beim Boss. Scheiß Regen. Die Musik in diesem Spiel gefällt mir richtig. Okay. Ich kann irgendwie nicht so viel dazu kommentieren. Man muss es einfach genießen, dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Also, ihr wollt bestimmt wissen, warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, dieses Spiel zu spielen. Also, ich habe bei Game One einen Bericht gelesen, als ich die neueste Folge gesehen und dachte mir, ich spiele mal das Spiel. Das war doch gut bewertet. Deswegen dachte ich mir auch, okay, dann spiele ich das mal. Oh, jetzt spiele ich das Spiel auch. Warte, mir fehlt ein roter Kristall. Das Wasser. Mir fehlt ein fucking roter Kristall. Das Guaniel ist ... Am Anfang habe ich dann eines vergessen. Ich wusste es doch! So, jetzt hab ich alles So, jetzt kann ich geschützt zurück Und was sagt ihr zu den Spielen? Ich hoffe, es gefällt euch Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm Es gibt bestimmt andere immer, die es mögen So Die Kristalle habe ich eigentlich besser aufgesammelt Meine Fresse Ich glaube, dieses Video, das schaffe ich noch nicht in einen Part Ich möchte, dass es mich viel Wildnis gibt Komm runter So, jetzt muss ich sein So, jetzt muss ich sein So, jetzt muss ich sein Okay Oh, komm Ist ja jeden Gegner getötet Der jetzt auch Ich kenne die Musik hier Das ist mal Abwechslung zu innozuma Okay. Okay. Oh. Okay. Und wir sehen uns gleich hier wieder im Schloss.